Auf nach Schortens. Ja, dieses Schortens. Auf jeden Fall zu Flebbe. Und dann noch zu Ulfers. Und zu Eden. Stimmt. Auf jeden Fall. Stummeldorf. Ja. Das ist der Mann süß. Da ist so ein Stummel. Auf der anderen Seite ist so ein Stummel. Sonst sind es hier Weiden. Weidseitig. Und da bist du. Ich bin aber keine Weide. Und da sind Kühe. Das bin ich auch nicht. Ja. So. Kraftschaft. Ja. Das ist auf der Krippe. Das ist das nicht nur. Sonst. Das ist ein Stuhl. Und da ist die Vier. Hier ist ja was los, ein Graf schafft, du meine Güte. Ja, wenn der Graf so schafft. Ja, dann hat er auch viele Bedienstete, die alle mit dem Auto unterwegs sind. Vielen Dank. Vielen Dank.